Oh, Agent Booth. Hey, Evalon. Gott sei Dank. Was geht's? Brennans Vater hat mich gestern aufgesucht. Er war sehr besorgt. Ich weiß, dass Sie von all diesem Zeug und dem Hokus-Pokus viel halten, aber wenn Sie Brennan sagen, dass Sie mit Max gesprochen haben, gibt's ein Problem. Deswegen komme ich ja auch zu Ihnen. Also bitte, befragen wir die Karten. Evalon, ich verpasse. Also gut, schön, ich setz mich. Sehen Sie, Sie sagen nichts. Wir sind fertig. Wählen Sie eine Karte. Ah, Mäßigkeit, Temperance. Was für ein Zufall. Wählen Sie eine andere. Genau das habe ich befürchtet. Hören Sie, Bones kann gut auf sich selbst aufpassen. Es ist einfach so. Tun Sie das nicht mit einem Lachen ab, Agent Booth. Ihre Frau ist in sehr großer Gefahr. Okay, gut, in Ordnung. Danke für den Hinweis. Na gut, Sie glauben mir nicht. Aber das werden Sie. Hören Sie, ich weiß, Sie denken, ich bin verrückt. Aber ich weiß auch, dass Sie wissen, dass ich kein Scharlatan bin. Also ignorieren Sie mich nicht. Also gut, hier haben Sie Ihre Karten wieder. Nein, nehmen Sie sie. Gut. Achten Sie auf die Zeichen. Ich... Mir sch... ... ...